Wir werden jetzt in die USA fliegen und ich werde intensiv vor allem sprechen mit dem amerikanischen Präsidenten. Das geschieht zu einem ganz besonderen Moment. Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Das ist notwendig, denn der russische Angriffskrieg wird unverändert mit großer Härte vorgetragen. Er führt zu großen Zerstörungen in der Ukraine. Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Aber sie braucht dafür, dass sie das auch weiter tun kann, die Unterstützung. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug. Wir müssen also einen Weg erreichen, wie wir alle zusammen mehr tun. Deutschland hat mit den Entscheidungen für den Haushalt für das Jahr 2024 und den Verpflichtungsermächtigungen, die wir für die nächsten Jahre eingegangen sind, einen sehr großen Beitrag übernommen. Aber er wird nicht alleine reichen, wenn nicht überall genügend Unterstützung zustande kommt. Und jetzt ist der Moment, wo wir das tun müssen, was jetzt erforderlich ist, nämlich gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden. Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt, sondern sie wird lange genug andauern und sie wird groß genug sein. Das ist die Botschaft, die wir in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam aussenden müssen.